Die Schule engagiert sich in diesem Thema Finanzen, weil ich im Lehrplan 21 im Fach WAH einen sehr wichtigen Stellenwert in nehme. Die BKB engagiert sich in diesem Bereich, weil es sehr wichtig ist, dass eine Schule schon aufgenommen wird, dass nicht einfach der erste Lohn kommt und die Kinder gar nicht wissen, was sie jetzt mit diesem Geld zahlen. Am Thema Finanzen interessiert mich vor allem der Umgang mit Geld. Mit dem Geld umgehen, wie ich das Budget planen kann. Die Steuern. Wie ich ein Konto machen kann, weil die Kunden sich für mich am meisten lohnen. Mir interessiert es vor allem, was ich später für die Lehre brauche, was für Karten und so. Wir bieten Schulvorträge an für Schulen mit verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Jugendverschuldung, Budget, Steuern, Vorsorge, um eben die Finanzkompetenz bei den Schulen zu vermitteln.